Komm oder ohne Absicht. Hä, ich weiß gar nicht, was du da warst. Ich sag nur mal so ein Stichwort, ich hab auf Twitch 26.000 Live-Zuschauer. Okay, Digga, aber ich kenn nicht gar nicht, was du da warst. Ehrlich, kennst du mich? Jetzt mal ernsthaft, seid ihr wirklich jetzt ohne Stream-Snipeing reingekommen? Hä? Was willst du von... Jura, ich kenn dich nicht mehr auf Twitter. Leute, wir machen das ganz einfach so. Leute, wir machen das ganz einfach so. Wenn wir die Runde gewinnen kriegen, kriegt ihr beide 50 Euro. Jo, ich wusste es, Digga, auf jeden Fall nicht schon wieder solche, Digga. Digga, wirklich, China macht das, ja? Wer soll euch das glauben? Nein, Soundbord ist es nicht. Ich kann dein Name sagen. Slaps und 24 Troxie oder so. Ich meine, falls du uns verarscht, hast du es richtig gut gemacht. So als Komplizente. Oha, was ist das? Was ist das? Komodo ohne Absicht. Hä? Ich weiß gar nicht, was du da machst. Hä? Ich sag auch, ich sag nur mal so ein Stichwort. Ich hab auf Twitch 26.000 Live-Zuschauer. Roti, Digga, aber ich kenn dich gar nicht auf Twitch. Ehrlich, kennst du mich? Jetzt mal ernsthaft, seid ihr wirklich jetzt ohne Stream-Snipeing reingekommen? Hä? Was willst du von mir? Hä? Ich kenn dich nicht mal. Junge, ich kenn dich nicht mal auf Twitch. Leute, wir machen das Ganze einfach so. Wenn, wenn, wenn wir die Runde gewinnen kriegen, kriegt ihr beide 50 Euro. Jo, ich wusste es, Digga. Auf jeden Fall. Oh nein, 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 nein. Nein. Digga, wirklich, China macht das, ja? Wer, wer soll euch das glauben? Wo? Also, ich möchte nur wissen, nehmt ihr die 50 Euro an oder nicht, wenn wir gewinnen? Mehr möchte ich von euch nicht wissen. Nee, ich hab's genug, ich brauch kein Geld. Ich will kein Geld für einen anderen abziehen, deswegen. Nein, ich hab 26. Ich hab auch einen YouTube-Kanal mit 400.000. Äh, ihr werdet... Warte, warte, warte. 400.000. Darf ich auch grad was sagen? Also knapp 400.000, so 396.000. Ich sag euch eine Sache. Wie alt du? Wie ich heiße? Ja, auf TikTok, äh, also auf TikTok. Auf TikTok hab ich leider nicht. Auf YouTube Twitch, also YouTube stream ich gerade 26.000. Wie heißt du auf YouTube? Äh, man... Du meintest jetzt grad YouTube live, aber vorhin meintest du das Twitch live. Nein, ich hab gesagt, dass ich auf Twitch mit 26.000 Zuschauern live bin und dass ich auf YouTube 396.000 Abos habe. Auf YouTube stream ich nicht, auf YouTube lade ich nur Videos hin. Ich kann euch auch ehrlich sagen, ihr denkt jetzt hier, meine Stimme. Ihr könnt mich grad tatsächlich nicht erkennen. Ich hab halt gedacht, tatsächlich, ihr seid Streamsniper. Ähm, also meine Stimme hab ich, ähm, Stimmverzehrer um 30%. Nein, Soundbot ist es nicht. Ich könnte euch... Ich kann dein Name sagen. Slaps und 24 Troxy oder so. Äh, ich hab eure, also meinen Stimmverzehrer zu 30% aufgedreht. Wenn wir die Runde gewinnen, kriegt ihr beide 50% und ich mein das ernst. Nicht, dass ihr denkt, ich verarsche euch. Und wenn wir die Runde gewinnen, mach ich Stimmverzehrer aus. Ihr kriegt, ähm, YouTube und Twitch-Name gesagt, dass ihr auch wirklich nachvollziehen könnt, dass ich euch hier nicht verarscht hab. Langsam kann man das ja noch nicht mehr glauben. Also ich kann auch, wenn ihr wollt, 20 Euro draus machen, Robin. Nein, aber... Um ehrlich zu sein, ich kriege kein Geld. Ich... Jetzt mal ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Aber wollt ihr wenigstens jemanden grüßen, damit die Leute im Livestream das hören? Ich will nur wissen, wie du heißt, ganz ehrlich. Ich sag euch so... Wir machen, wir nehmen... Warte, ich sag dir, wir sind seit viereinhalb Stunden live. Ich hatte jetzt über drei Stunden Streamsniper. Ich hatte vier Runden. Die haben ja auch alle gewonnen. Und die Leute haben auch ihr Geld erhalten. Ähm, ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ich kein Faker bin. Weil ich... Ich bin auch kein Soundbot, wie ihr hört. Ich hab lediglich Stimmverzehrer um 30% an. Also meine Stimme klingt fast noch so wie immer. Ja, sehr, sehr... Äh, bist du... Bist du jetzt gerade... Bist du jetzt gerade... Bist du jetzt gerade live? Ich bin jetzt gerade live. Genau in diesem Moment live. Genau jetzt gerade, wo du sagst. Und wie viele Zuschauer hast du? Jetzt warte... 23.000. Hast du einen YouTube-Kanal, der genau Schmerle heißt? Ich hab keinen... Also Leute, wenn ich mir die Mühe mach und einen Stimmverzehrer reinmach... Digga, ich hab... Ich hab 10 Accounts oder so. Ich heiße nicht Schmerle auf YouTube. Mein richtiger Account hat den Originalnamen, wie ich auf YouTube und Twitch heiße. Aber mit dem... Ja, ich weiß, aber... Ich weiß. Klar, sorry. Aber wenn ihr gewinnt, kriegt ihr beide von mir 30. Machen wir so. Ja, unter 50, wie ihr wollt. Ich möchte dir eins sagen. Falls du uns verarschen solltest, hast du es echt gut gemacht. Dann ist weg. Wie meinst du... Digga, jetzt mal ernsthaft. Glaubst du immer noch, ich verarsche euch? Nein, ich glaub dir das vom YouTuber-Book. Aber ich meine, falls du uns verarscht, hast du es richtig gut gemacht. So, als Kompliment. Oha, was ist das? Was ist das? Wer hat das an? Wer hat das an? Leon, hast du das an oder wer hat das an? Nee, ich hab nichts an. Wer hatte dieses Video-Kanal? Dockte. Scheiße, Digga. Ich hab meinen zweiten Account herausgefunden. Aber das... Aber das ist nicht mein Main-Account. Da lade ich nur Games und Reaktionen hoch, Leute. Da hab ich auch nur 100 Abonnenten, oder? Wie viele hab ich da? Du hast da... Abonniert trotzdem alle. Würde mich sehr freuen, Leute. Ich erklär euch das gleich. Okay, wenn wir die Gegner haben. Ja, keine Worte. Ich meine, mit meinem zweiten Account erklär ich euch das. Weil da immer viele sind da verwirrt. Das bin ich gut. Ey, du kannst du folgen, du bist da selber? Nein. Genau das wusste ich. Ich lass die Frage kommen. Bist du so sicher? Ich wollte nur nicht selber. Boah, ich bin dead. Scheiße. Das ist mein zweiter Account. Mein Main-Account kriegt ihr. Also, wenn wir einen Win machen, Leute, denkt dran, was dann ansteht für euch. Also, ich bin wirklich kein Faker. Ihr hört's ja auch. Ich hab weder Soundboard sonst noch was. Wenn wir nicht gewinnen und du über 10 Kills machst... Ja. Ihr kriegt ihn so oder so. Aber... Aber können wir... Ja, am Ende. Wenn wir das Ding holen. Oder allgemein auch wenn wir sterben. Ich werd's euch sagen. Wie gesagt, gerne abonnieren und like ihn nicht vergessen. Ja, Digga. Wie soll ich den... Wie soll ich liken, wenn ich nicht deinen Account weiß? Du weißt... Du weißt nur meinen zweiten Account. Ja. Dann liken. Ja, aber... Oh, mein Name ist die Kirem. Oh, mein Name ist die Kirem. Ach, zwei mit Drecks in Pi, Junge. Du, Kiech. Also, du, 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 du. Bei mir geht's richtig ab. Ach, Digga. Das liegt auf. Ich hab keinen Kling. Wer ist alles tot? Wer ist alles tot? Nur Leon, okay? Leon, ich hol dich, okay? Ja, bei mir waren vier Gegner mit dem Pi. Ich hab keine AR-Men mehr. Was sagen Sie dazu? Ah. Die Ditte. Ah. Ist mein Handy sogar noch aufgeladen. Nein, scheiße. Oha, es leckt. Hä, Leute? Leckt es bei dir auch so? Ey, ich weiß, wie du auf Twitter heißt. Okay, ja. Auf Twitter? Auf Twitter weiß ich auch. Hast du überhaupt Twitter? Schmähle. Ja, aber da guck ich noch manchmal mal. Unterstrich Justin und auf Facebook Justin. Könnt ihr mal kurz los sein? Ja. Das ist mir jetzt scheißegal, Digga. K-k-k-k-k-k.